Ist diese Freiheit überhaupt erreichbar für jeden Menschen? Es ist eigentlich egal, in welchem Zustand ich war, es ist eigentlich egal, wie ich zu dieser Erkenntnis gekommen bin. Es tut mir leid, dass ich immer wieder darüber spreche, aber ich habe das Gefühl, dass wenn du gerade in dieser existenziellen Krise festsitzt, und du gerade an nichts glaubst, dass es dann leichter ist, diese Wahrheit in deinem Leben zu akzeptieren. Es herrscht ein kleines Missverständnis zwischen dem, was ich versuche zu sagen, und dem, was ihr glaubt, was ich sage. Es geht hier nicht darum, um ein Ziel zu erreichen. Es geht nicht darum, einen höheren spirituellen Ebene, also eine höhere spirituelle Ebene zu erreichen. Schon, aber es geht nicht um das Höhere Erreichen. Von meiner Perspektive aus, ich kann jeden Menschen in die Augen sehen. Ich sehe den echten Menschen, ich sehe, wer du tatsächlich bist. Also jeder Mensch ist etwas Besonderes, wie eine Blume. Sicher, wenn ein See voller Blumen ist, ist es schwierig zu sehen, wie schön eine einzelne Blume an und für sich, also als Ganzes komplett, wie schön die Blume tatsächlich ist. Wenn man sie vergleicht im See, natürlich gefällt dir die Einzige, die etwas ein bisschen anders aussieht. Aber von meiner Perspektive aus sehe ich, dass jeder Mensch ist komplett. Und jeder Mensch hat aber zusätzlich das Ego. Und wenn ich dann sage, hey, du musst nur das Ego loslassen, sagt jeder Mensch, nein, das geht nicht. Das ist unmöglich, das ist ein Teil von mir. Ohne das Ego bin ich nichts. Und nein, du bist ein Mensch. Ich sehe dich als Mensch, als kompletten Mensch, schön für das, was du tatsächlich bist. Und ich sehe nicht, was du glaubst oder was dich herunterdrückt oder was du glaubst, wer du bist. Ich sehe dich für wer du tatsächlich bist. Und es geht um das. Deswegen kann sie jeder machen. Deswegen steht diese Wahrheit offen für jeden Mensch. Und es ist jede Frage, die irgendwie das Ego rechtfertigt, es ist immer das Gleiche. Es ist einfach eine Idee. Und jede Frage, die von dieser Idee kommt, ist eine weitere Idee. Ich rede um tatsächliche Tatsachen, Fakten. Und du bist ein Mensch. Und es ist kein Konflikt in deinem Leben, aber ich sehe den Konflikt, den du gerade mit dir mitführst. Und um das geht es. Warum kannst du nicht einfach ein Mensch im Jetzt, im Hier, im tatsächlichen Leben sein? Warum bist du ein Mensch, der was im Gedanken woanders ist? Im Gedanken eine andere Idee hat, im Gedanken um die Vergangenheit herbeiführt oder an die Zukunft denkt. Es geht einfach darum, dass du dich als den Menschen, der du tatsächlich bist, akzeptierst. Es ist nichts Fantastisches, es ist nichts Großartiges, es ist ganz ein normaler Mensch. Und sobald du das akzeptierst in deinem Leben und du erkennst, du bist eigentlich nichts, du bist ein normaler Mensch, dann bist du frei. Dann bist du frei vom Ego. Und darum geht es. Und jeder Mensch kann es machen. Jeder kann frei vom Ego sein. Es ist nur eine Idee. Wir haben es dazu, danach erfunden. Wir haben es kreiert. Wir haben es angefangen. Wir können es enden. Und dann bist du, wer du bist. Und kein Stress mehr. Alles ist gut. Vielen Dank fürs Zuhören und One Love. Vielen Dank fürs Zuhören.